der ep ist da und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von palwelt jetzt habe ich drüber nachgedacht habe ich bin das problem da ist er wieder übrigens auf meinem privaten platz habe ich den app also hier private private spiel habe ich den auch aber der liegt sich dann immer in die nähe von der kühlbox diese kühlbox ist für den arsch tschuldigung weil nix youtube hier ist mir nur rausgerutscht weil der nämlich das ding gar nicht kühlt irgendwie aber wir haben noch so ein ding zum kühlen das müssten wir auch mal daneben stellen ich habe keine ja guck mal hier hinten hinten das habe ich dir per sprachnachricht gesagt also auf den langen langen weiten weg was ja ich habe den einzigen platz den wir dafür hatten genutzt um sie dahin sieht ein bisschen blöd aus weil das jetzt hier aber anders nicht weil sonst aber so können wir die überfallenen direkt in den zuchtstationen eindringen ja wir müssen mal gucken dass wir das war das sind es gerade ich dachte die reißen der märz haus ab oder sie ja die fällen gerade die bäume ich jetzt erschrocken hier guck mal ich habe die 183 feine gemacht letztes mal das ist schön wenn ich dir jetzt sage dass ich 180 feine im metall oder 170 stehenden dummes auto entstehen aber was wir wollten ja eigentlich was machen ich weiß gerade schon nicht mehr was und ich brauche ganz dringend was zu essen weil ich habe bis gar nichts mehr fällt mir gerade ja hier macht ihr hier wird gerade was gekocht das ganze kann schon eins von nehmen von den braten dahinten im anderen mann dann ja sonst haben wir doch moment wir haben noch dudmund fleisch brauchtest du nicht alten parallel dazu auch eben machen hat das geschonnt dieses ei zum aus diesem ausbrüter weil ich da habe ich dich doch gefragt also ihr wisst das nicht das haben wir jetzt alles so ganz klammheimlich in sprachnachrichten ausgetauscht er weiß es selber nicht mehr weil er ist nämlich in der zeit gefahren ich habe dich doch gefragt ob du noch ein altes dienstbums teil hat das ist normal ich bin ja am kochen du kannst mich doch nicht ja vielleicht nee ich glaube nicht das hat umsonst ach so jetzt hat es genommen ich muss mich ums essen kümmern schatz ich bin da mal weg nicht immer zigaretten holen ich meine auch das wäre das einzige was noch gefehlt hat jetzt finde ich es nicht mehr ich hab's doch freigeschaltet extra ich hab's doch freigeschaltet jetzt habe ich hier nicht bekloppt wieso habe ich nur steine eine spitzsacke ich habe gar keine punkte mehr ach so hier rechts muss ich das ja hier brutkasten ach so ja nee kann ich das doch mal haben gemacht was hat sie jetzt gemacht ich baue das doch über das baumenü oder nicht ja da bin ich jetzt ganz dumm wieso finde ich ich habe gar nichts gesagt ich habe gar nichts gesagt ich habe das überhaupt gar nicht alle ruhig soll ich das hier so davor stellen dann ist das direkt eine nähe damit jetzt gleich kaputt hauen können wenn von da oben welche runter kommen naja macht das davor ok also du hast ihn aber letztens haben sie mich überfallen in meiner single player will und haben nur ein teil angebrannt da war die ganze hütte weg und alles was drin stand und da habe ich keine antworten warum das gebrannt hat und ja mal das weil die angezündet haben wir hatten so feuerfähigkeit das was ich rein tue das bekomme ich jetzt ja nein so ich tue das rein ich musste allerdings auch rein gemacht musste allerdings auch was zu sagen etwas kalt steht hier ist können wir hier noch ein nicht im kochtopf zehn holzkohle ach wir haben keine feuerdrüsen ist was hatte ich mache da also ich habe drei feuerdrüsen im inventar wie viel brauchst du das sind also habe ich nicht aber ich habe mal oder 355 primitiven hochofen kannst du den daneben bauen aber macht er den an aber dann musste hier auf jeden fall dicht machen wenn du hier nicht dicht macht man ich weiß wir können auch sonst noch so lange das aber auch doof wenn wir zu lange warten also ich muss was dazu sagen standardmäßig ist das ganze auf 72 stunden eingestellt aber zwei dinge ersten was macht denn jetzt hallo warum machst du das nicht mit stein ich keine habe hier sind doch so viele geht doch da hinten rein und hol dir welche kann ich dann noch durchgehen jetzt kannst du beim stein auch du baust das nur gerade irgendwie total komisch ich will ja nur dass die von da nicht einfach so da rein rennen können dann doch von hier vorne da rein rein also bevor der mich jetzt hier total kümmern macht also was ich kurz erklären wollte normalerweise steht das ganze auf 72 stunden das so privat zu spielen oder wenn man server hat ist alles okay erstens habe ich festgestellt die 72 stunden gelten nur für das beste also das was am längsten braucht alles was da drunter ist vom ei her ist variabel habe ich festgestellt also stand da drin das nur so zur info für alle die das noch nicht wussten und ich habe es jetzt extra so eingestellt dass es eigentlich zwei stunden werden also reale zwei stunden weil also nicht weil wir hier schummeln wollen oder sonst was aber das problem ist das gilt nur wenn wir online sind weil das ist meine welt das ist kein server wo wir drauf spielen wenn das ein server wäre wäre es ja auch noch okay dann könnte man ein paar tage warten und dann sind die eier halt ausgebrütet aber da ja epi und ich wir halt nicht jeden tag aufnehmen können sondern nur wenn man natürlich beide gleichzeitig auch zeit haben ich muss mal so im hintergrund gucken was der kerl da eigentlich für ein quatsch macht habe ich das ganze auf zwei stunden insgesamt runtergeschraubt und warum auch immer also ich denke dass dann auch nichts großes rauskommt dieses ei und jetzt wirst du wahrscheinlich schlucken das hat jetzt eben bei zehn minuten glaube ich begonnen obwohl es auf zwei stunden eingestellt ist ich dachte ich mache das rein und dann wenn wir aufhören kann ich das ei rausholen was machst du da der hilft aber entweder hilft der schön oder der 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 hilft gar nicht macht das ganz allein und du hilfst mir ja und ich weiß nicht deine anderen helfen mir auch nicht die schlafen irgendwie oder was ja der der kühlt auf jeden fall zumindest sieht das so aus eieieiei epi macht hier quatsch und ich soll dem noch dabei helfen das geht ja gar nicht ja das geht doch total schnell oder hatte ich mir punkte ins bauen reingemacht ich bin mir gerade nicht sicher für jedenfalls das hier ganz schnell aber du hast kein tor gemacht doch er sagt so komisch aus ja weil ich keine keine wände ab in der größe denn ernst jetzt ja aber schnell gemacht das geht ja nur darum dass die nicht einfach das überrennen können das überrennen die ja auch so deswegen müssen wir immer zurück wenn ein angriff kommt klar sind wir zurück weil die das kaputt machen aber die die werden aufgehalten wenn die einfach so hier rein rennen ist alles kaputt schatzi komm mal mit mir mit der schnell reise wo warte mal ist da noch was drin was ich will mir dann mal eben die sachen hier ab so dankeschön lassen wir durch an wo haben wir den mal irgendwo wo ist denn die schwarze katze hin die hier immer drin ist dreimal schwarze katze dreimal schwarze katze du willst mich jetzt veräppeln wo ist die hin das weiß ich doch nicht da ist immer diese schwarze katze aber du willst mich wirklich veräppeln die ist jetzt auch nicht mehr hier drin oder was hast du die jetzt bei dir reingetan nein ich habe keine du hattest doch mal was getauscht weil irgendwie einer am brennen war keine ahnung was guck mal bitte bei dir in der box nach wir hatten ja eine schwarze katze und die ist nicht mehr drin weder bei mir in der box noch hier drin hast du noch raus gestellt nein die haben wir gesagt muss drin bleiben weil die gold produziert die lief doch hier rum ja die muss im gehege rumlaufen und da läuft hier aber nicht rum weil ich sie hier nicht mit schwarze katze die habe ich aber auch gefangen hast du nicht doch ein hast du nicht selbst meine schwarze katze mal gegen ja ich weiß nicht was du reingetan hat das meine ist ich will keine pinguine von dir dann tue ich den pinguinen raus kann ich nicht raus tun so kann ich den raust du jetzt setzte mal in das leere ding rein bitte der muss hier kühlen also wenn er das denn mal macht dann ist er nämlich unerlässlich den habe ich mir privat jetzt auch geholt was macht er denn jetzt ach so der ist und wissen wo ist jetzt die schwarze katze ist jetzt ja jetzt jetzt arbeitet sie wieder so jetzt erst mal das wichtigste schnell reise nein warte doch mal ich habe noch mal was warum sind die sachen alle voll hier kannst du nirgendwo was rein tun weil da gut sachen reingekommen das zum leute hilfe geht doch das ist eigentlich mit dem ich komme hier rein wir fallen die ganzen pils hier auf den kopf und dann fangen wir auf einmal an ja das abzuarbeiten was ist mit dir können wir nicht irgendwie jemand anderen nehmen der das hier für dich macht du bist einfach viel zu langsam ja du zum beispiel du bist doch aber auch wenn der schneller ist weiß ich nicht ich setze ihn mal setzen wir hier ein so ich sehe nichts mehr jetzt hängt er mir auch noch doch der ist definitiv schneller als andere so kann man rüber zum lager moment ich muss erstmal irgendwas los werden hier noch ja unser lager guck mal da fleißig und ich habe alles aufgenommen hast du auch transporter geholt das für transporte die sachen in die kiste tun ja ja klar ich habe hier übrigens noch einen hatte ich gesehen aber viel ist ja nicht drin aber wir sind auch gerade erst angekommen ja ich habe ja nicht mehr laufen lassen können kann auch sein manchmal transportieren die auch ein bisschen seltsam 117 ist ja schon hier drin also es war ja nicht lange was ich jetzt hier gemacht habe und davon ist auch noch eine kiste ein paar bekommt schlechte laune weil du hast als bedingt aber keine betten hier die vielen betten ich dachte ich hätte für alle betten gemacht haben hat ach so nee haben wir ein level up gemacht zwischendurch ich nicht ich war nicht da nein mir fehlt ein holz wollte ich mich denn veräppeln kann ich hier geben oder soll ich bett machen ja wenn du machen kannst dann stell das hier oben zu den anderen ich weiß nicht ob ich ob ich nur holz braucht der rest ist hier im lager normalerweise ich kann es nicht machen mit vielen fasern ich habe auch ich habe nur sieben holz warte mal ich nicht das holz hier hin ich hab gar keine ich hab das holz weg getan aber hier unten über holz drin irgendwo ich wohne ich mache mal ich hole holz so so alter ist das hier eine nagelpistole hinter mir ach so das sind die ich bin geblendet ich hätte mich nicht umdrehen sollen ja dankeschön äh prals 8 von 11 ja doch dann haben wir da glaube ich irgendwie ein update gehabt oder was keine ahnung ich mach da nochmal was hin damit wir das problem nicht nochmal haben weil ich hatte nämlich gesehen dass ich einen gar nicht hier reingestellt hatte obwohl ich das hätte tun können ja jetzt stellt euch genau dahin wo ich das bett aufbauen will kein thema ich finde das immer wunderbar also ki ist ja noch nicht so toll ne in gewissen du hast keine bären ja hab dir toll gemacht haut ab los hallo du hast keine bären ich habe jetzt mal 24 reingemacht hast du hier bären fällen da sind 200 noch was drin ach so idee warum hast du 295 frag mich doch nicht da sind auf jeden fall noch bären drin und sie kümmern sich hier um alles so dass wenn dann 10 1 kann ich das noch machen ja gehen wir mal aus dem weg hier es wird schon wieder dunkel so das einzige was ich jetzt überlegt hatte eigentlich hätten wir uns hier noch zwei betten hinstellen müssen für uns oder vielleicht bauen wir die noch irgendwie nehmen kann ich dann muss das überdachen ja deswegen damit man hier nämlich einmal weitermachen kann einfach heute mal eben ja gut das ist jetzt gemacht ich hab das nicht gemacht ja ich war es nicht ich habe hier gerade das fenster reingemacht noch mehr aber nicht alles kaputt hier nein ich habe nur mal diesen weg gemacht ich habe hier rechts das fenster nämlich ach so jetzt habe ich vergessen ich wollte eigentlich zwei machen jetzt legen die sich schlafen hallo leute wie groß ist das bitte was denn alter habe ich mich jetzt erschrocken als sie plötzlich neben mir standen und sich hier hingelegt haben was ist denn der futter der sieht aber gut aus daneben weil er so klein ist ne ja nein ich brauche wolle ja die müsste ich jetzt von drüben holen damit wir hier betten machen können ja was ist denn mit dem einen der liegt auf dem auf dem eisen der hat kein bett mehr gefunden das ist aber wirklich hinten ist auch nochmal der kleine der ist auch so ein bisschen abseits hier wo liegt der denn ach da hinten äh was machst du denn da hinten du fauler sack nein der der war schwächeanfall der ist nicht mehr hingekommen ja glaub ich auch warte mal ich hole uns mal eben kurz wolle sag ich nicht nach da läuft schon wieder was rum in der epi klaut mir schon wieder alle hier naja da unten ist eine statue und ein Ei so so habe ich noch nicht nein Leute ihr steht mir hier ein bisschen im weg rum so also theoretisch können wir jetzt auch hier die nacht überspringen wenn wir uns hier hinlegen also jetzt gleich wenn das zweite bett dann auch noch voll ist äh fertig ist weil ich habe das nämlich im privaten habe ich das auch gemacht dann habe ich mir jetzt endlich auch diese Minier gemacht nur ich habe da noch nicht diese schildkröten geholt das ist noch ein bisschen doof da hinten läuft er rum ich habe es genau gesehen ja ich hole mir mal die grünen dinger die leuchten gerade so schön ja ich kann kann ich jetzt eigentlich fliehen warte mal konnte ich fliehen wenn ich dich trete ach ja 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 ich kann ja alter erschreckt mich nicht so als ob sie mich angegriffen haben ey ich habe mich auf den vogel gesetzt und wumm auf einmal fing sie an hier zu arbeiten oh geht das noch aber das finde ich auch gut ich bin meistens in der nacht am fliegen und am gucken wo die ganzen dinger liegen oh rechts ist nur ein ei ach hier ist so ein flieger äh ist hier am schlafen hier unten wie ich das noch hin immer so 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 wo waren das andere grüne ich habe eben noch was gesehen hier ach da unten naja da hinten auf dem äh siehst du mich? auf dem Turm ja genau und bei dir da wo du jetzt gerade bist ist auch noch eins ja den habe ich ja auf der schräge da fliege ich auch gleich mal hin ja den habe ich mir gerade geholt ich muss erstmal hier oh das ist so schön und übrigens ja natürlich konnte ich schon fliegen weil ich nämlich auf den rücken meines äh oh auf den rücken meines äh vogels nämlich schon gekämpft habe hab ich da unten dieses ich habe das blaue da unten noch nicht gewohnt da holt sich die meine kiste wieder das ist ein blaues ne hier unten ist was blaues ja das meine ich ja das kannst du holen das sind die Tag 3 Sammlungen hey weg hier das ist meins geh weg hallo ich bin dein Kumpel ich bin dein Kumpel und hole eine Axt raus hallöchen aber wo war jetzt das mit dem schrägen da oben hier in die Richtung wo ich gucke wo guckst du denn achso da hinten da ist die aber welches von denen das erste hier glaube ich ach ne warte mal ne wenn man von da guckt das andere von unserer Base aus hier unten ist ein Tee Pfand ich will immer Otti Pfand sagen und da ist noch was für mich du kriegst das nicht ich sag dir aber nicht was das ist ahja hier das ganz große ist das ne boah ich höre die bis hier das ist ja heftig was mir wohl aufgefallen ist je nachdem in welche Gegend du kommst da kommen ganz viele von diesen von diesen gummischen Kampfmönchen wie ich sie immer nenne diese wie heißen die mal Anhänger des irgendwas da warte 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 hier ist ein Shiny wo bist du? irgendwo hier auf dem Ding nein nimm das scheiß Ei ich will das Shiny sehen hier oben ach da unten ein Feuerding als Shiny ein Fox Park aber da darfst du nicht zu zu feste drauf oh hallo ok da darfst du doch feste drauf das ist Level 4 aber das oh fuck oh fuck komm bitte schnell her komm bitte her ja du kannst ja nicht warten auf mich ne deswegen nicht aber ich hab gerade erst gesehen dass da die Wilderer sind ich komm nicht runter von meinem Vieh oh ich hab's gefangen die haben gerade auch versucht das zu fangen ich hab mich grad erschrocken das setzen wir in die Base das hat bestimmt irgendwie Level 3 oder so ja oder 2 also 3 weiß ich jetzt nicht da hinten sind Wilderer da hinten sind Wilderer weißt du komm her helf mir dem Epi aber ich will das befreien Blitzballkanone oh das ist floppy ja toll das gerade hab ich noch nicht ja ich auch noch nicht ja aber du hast das überall bei den Privaten ich noch gar nicht nein bin ich privat nein außerdem hast du ey du kleines Biest du hast schon Level 5 du hast schon 50 Viecher gefangen ja aber privat nicht so dass ich es zeigen kann aber du willst ja nicht dass ich den Leuten was zeige sonst würdest du mir die nicht immer alle klauen sag mir bitte nicht dass du das jetzt fangen wolltest so schnell wie das da runter gegangen ist ja eigentlich wollte ich schon fangen aber hier liegen ja nur Leichen rum was ist denn hier los was ist hier unten los ja da waren die Wilderer nein sind sie nicht mehr die waren trotzdem da und sind immer noch da wie man sieht ich hab dir geholfen ich seh keine Wilderer mehr oh warte hier sind doch die Feuerdinger oder du musst auch alles einsam in die ganzen Kisten von den Wildern ja das kannst du machen ich bin gerade am überlegen ja genau da bin ich nämlich ach hier ist doch dieser dieser Level 15er was haben wir denn jetzt 20 19 20 soll man mal gucken ob wir den machen ja wo ist denn der jetzt in welcher Richtung ich kann den hier oben gar nicht sehen oder meinst du ein Eisvogel das Eisvogel der ist hier der ist in dem Ding drin ist ja nicht hier oben irgendwo der muss in so einen Runden glaube ich drin sein ja aber das ist nicht hier das ist da wo doch der Wegschrein ist also dieser Weg ich dachte eigentlich dass wir hier da ja da da wo ich hinfliege aber ich werde nicht kommen ach da das wird nicht reichen scheiße ja ich bin schon froh wenn ich ein bisschen hier oben drauf lande was ich natürlich nicht mache weil ich direkt davor lande so wie immer boah das ist knapp gewesen also ich kann ja nur sagen also ich hab da auf die Fresse gekriegt bei denen aber ich war auch alleine oder war das ja oder war das der ich glaub da bin ich auch bei gestorben das kann der gewesen sein wo ich gedacht hab auch der ist so viel Level unter mir das ist ja easy aber wir können es trotzdem mal probieren ja pack dir schon mal das Richtige ein warte mal warte mal das ist ein Eistyp ich wechsle mal eben meinen Bogen ich hab kein Feuer ich hab aber auch ja ich hab Feuerfeile aber nur 20 ich wollte immer mal eins mit Feuer rein machen aber ich hab's mal wieder vergessen scheiße aber ich weiß nicht ob wir zu zweit hier reinkommen jetzt warte warte ja ich bin soweit du ja jetzt let's go also irgendwas passiert ja hier sind wir halleluja nur der ist achso ich wollte grad sagen nur der ist nicht da achso das ist gar nicht rausgekommen ja warum drin ich die nicht oh oh scheiße ich hab nicht meinen Bogen drin oh fuck oh was ist mit den kleinen los ich bin eingefroren auch hallo ich mach erstmal die kleinen weg hier ne ich hab den großen schon ziemlich runter besser gesagt meiner und der großen also wir wir machen den ja kaputt na das mit dem fangen ist ja ne ne wir machen den kaputt äh 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 entschuldigung danke dass ich auch mit helfen ich hab die kleinen hier weg gemacht äh ja neuerdings müssen wir übrigens rausgehen weil normalerweise bin ich immer direkt rausgezogen worden aber jetzt nicht mehr ja bei mir steht immer noch ich soll nicht ich soll das andere ding machen können wir den auch nochmal eben machen was für ein achso diesen einen ja 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 wenn das denn jetzt funktioniert ja aber ich hab gerade meinen einen kleinen kaputt gemacht der ist kaputt gegangen äh äh soll man vorher nochmal reparieren oder ich geh mal zurück ja ich geh mal in die hauptbase weil ich will was tauschen nehmen hier unten ist ein wegschrein na komm aber wir hätten bisschen eisen mitnehmen können in der anderen base dass du dich schon mal schmelzen weil das ist so unproduktiv ich geh nochmal ich hab ich kann noch ich weiß nicht wie viel ich hab aber ich kann noch sonst hier auch noch was von mitnehmen ja schön wenn du mich auch absteigen lassen würdest ist es schon wieder verpackt toll finde ich ganz klasse ja hallo ich kann es drücken gedrückt halten ah jetzt aber wenn ich jetzt eh schon mal hier bin und jetzt hier eh ärzt ist weiß dann kann ich das auch hier nochmal eben von mit abarbeiten und dann mache ich gleich meine äh repariere ich nochmal alles dann kann ich ja die spitzsack auch nochmal schnell reparieren ich glaube du kannst auch recht gut afk in so einem ding stehen wenn du so ein also könnte ich mir gut vorstellen du musst immer eins deiner pals rausholen damit du achso ich habe keine ausdauer mehr damit du du und die ja gut damit du die bekommst wahrscheinlich nicht aber damit die punkte bekommen was ist los so das heißt den haben wir jetzt hier auch abgehakt sehr schön diesen drachen da oben ne moment level 30 ach ne das war der hier unten den hatte ich nämlich auch besiegt ja ja also privat aber ach bin ich doof habe ich jetzt gar nicht auf das lager geklickt oder was ich bin eigentlich soweit fertig könnten eigentlich ja wenn ich mich nicht bewegen muss ist alles gut dann können wir warte mal wieso ist hier minimal schaden dran hast du ja irgendwie drauf gehauen oder so wo ich hab nirgendwo drauf gehauen hier oben auf das tor hä ne hier auch hier habe ich 474 von 500 ja dann war irgendjemand da dann war irgendwas da mein Ei mein Ei mein Ei darf ich jetzt auch mal eins rein machen warte warte das ist aber ein heißes Ei ah der ist cool der ist richtig cool jetzt habe ich auch ein Feuerpahl der ist aber leider level 1 wenn er da rauskommt achso ich kann ja jetzt springen äh warte wobei die relativ schnell ähm auch wenn du AFK irgendwo rumstehst oder so können die relativ schnell leveln ist mir aufgefallen ah ah gegen wen mache ich den denn warte mal ich habe Wasser dabei also den den Flieger brauche ich auf jeden Fall der hohe gratis ist auch gar nicht schlecht muss ich sagen Wasser ist natürlich gut wenn du irgendwas mit Feuer bekommst ich setze den mal anstelle von denen da will ich unbedingt ganz unbedingt einen Sattel von haben ne ähm ja doch von dem eigentlich auch aber es gibt ach ne kann ich ja gar nicht freigeschaltet haben habe ich denn neue Punkte bekommen oder habe ich nur die Dings ne ich habe die auch bekommen okay äh hier ach da fehlen mir die Feuerdrüsen für ich brauche noch vier Feuerdrüsen natürlich 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 du Sau ich sehe genau was du hier machen willst was denn die Handschuhe ja für den kleinen kleinen Elektrizierer damit ich den anfassen kann und Blitze damit schießen kann dann kann ich Blitze schießen ja hä wieso macht er das jetzt nicht da guck mal der ist bei mir rausgekommen den habe ich auch den habe ich ja der ist geil der hat Level 2 Feuer macht der auch ja jetzt ist er 2 hinten ähm warum ja Junge du bist Level 2 Feuer wieso gehst du jetzt direkt nach hinten und machst hier fällst hier die Bäume bist du doof anscheinend ja der ignoriert mich jetzt sagt der Epi gleich dann ist er ja gar nicht so doof das habe ich nur gedacht gedacht habe ich es nicht ich gehe mal eben zum anderen Lager hier wo ich gleich wieder angegriffen wird und da mal ein bisschen wieso springen mich hier die Pals eigentlich immer an wenn ich nach hier komme hast du jetzt schon ein iPhone hier reingetan mhm ist das gleich fertig in 4 Minuten oder was da stand oder was wie viel achso genau was auch noch wichtig ist äh abgesehen davon dass ich noch reparieren muss zwischendurch immer mal hier reingucken oh ich habe das schon so hoch ich brauche ich brauche mehr ich brauche noch ganz viele grüne ähm wie viel haben wir davon dann können wir das habe ich privat gemacht das ist richtig gut gewesen und ja bei dem hatte ich es schon gemacht genau ähm das ist jetzt die Frage ich denke mal beides 3 Prozent wenn ich mit dem auch öfter mal kämpfe so ähm ja er hat sein Ei da reingemacht wie lange dauert deins denn dass wir das so mal ein bisschen ach das ist schon ausgebrütet ach hol dein Ei da raus mach mal Platz für neues hier haha na und was ist es kannst du glaube ich so nicht sehen das kannst du nur na schade wird mir nicht angezeigt wenn ich drauf gucke ja mir äh ja mir aber auch nicht hä warum zeigt er das nicht an ne ok also bei mir kam äh wie immer so ein Text rein ich tu dann wieder eins für mich rein mhm ah oh da habe ich sogar zwei von oh das braucht aber eine halbe Stunde es war so ein Manta rochen es braucht eine halbe Stunde es braucht eine halbe Stunde gehen wir schon mal hin äh ich warte mal weil ich gerade gar nicht mehr weiß wo das war der Turm der erste achso doch da der eine ich kann direkt in den Turm reinreisen ne das mach bitte nicht ich weiß nicht ob das so ach ne oder meinen die den ja das hier ist der daneben die meinen doch bestimmt den obendrauf oder Syndikat ja da kannst du obendrauf reisen vielleicht kannst du jetzt auch gar nicht mehr da rein ich weiß es ja nicht vielleicht muss ich das jetzt komplett alleine machen bin ich zweimal auf dem anderen Stand drin gewesen ich bin mir nicht achso das ist jetzt mal ein neuer warte mal ich kann jetzt hier am Bosskampf teilnehmen Bosskampf teilnehmen sagte er mir so soll ich fertig fertig los diesmal ist er auch direkt reingegangen der hat auch gar nicht mehr gefragt beim anderen mal hat er auch irgendwas komisch geschrieben und dann ist er weg gewesen ja vielleicht war das in dem Moment einfach nur verbuggt oder so ich habe keine Ahnung Hallöchen ich bin die Meistertrainerin ich heiße Lena Lena ja so würde ich mir Lena als Paltrainerin vorstellen zweifarbige Haarfarbe so ein bisschen wie wie hier Harley Quinn ja Kuckuck ja du magst mich wieder besonders gern ich weiß u du kannst nicht du kannst nicht achso ich sollte vielleicht mal ein Pokémon Aua könnte von Vorteil sein lala wer gönnt sich denn hier wieder ein Päuschen achso das sind die die Turtles hier die Schildkröten hallo warum wirst du denn hier gestanden du bist doch selber ein Elektropal ich bin getroffen ich bin getroffen ich werde angevisiert ja da musst du hinter die Dinger gehen ja ich versuch's ja alter ich sehe nichts mehr ich hänge ihm irgendwie im Schwanz drin ich weiß auch nicht ich sehe mich selbst nicht mehr ich sehe mich selbst nicht mehr könntest du bitte mal stehen bleiben und nicht ständig irgendwo hier in der Gegend rumlaufen ich bin nur hinter dem Ding hier ich bin nur hinter dem Ding hier ich habe keine Ausdauer mehr nein ich rede von ihm nenne ich dich Junge oder was Aua hallo du hast deine eigene Trainerin hier ja was heißt Trainerin Freundin keine Ahnung was sind meine Pals Sklaven sind das ja nicht also außer die die ich jetzt einsetze aber das machen die ja gerne oder das sind ja keine Sklaven und wenn du so willst sind ja die ähm Taschenmonster du weißt schon was ich meine sind dann ja auch versklavt worden weil die sind ja gefangen worden und versklavt worden aber ich finde das gut du du äh wirst hier als äh fungierst als Zielscheibe und ich hau immer drauf kriegt von mir den Knüppel in den Arsch ähm Knüppel aus dem Sack glaube ich hieß das Pass auf ich weiß nicht ob der dich da runter boxen kann nein Aua Mann wirst du mal auf hier so rumzuspringen Boah wirst du ja immer rumspringen ey Ey ich treff den nicht obwohl ich den mitten ins Wollte ich grad sagen Ich hab irgendwie das Gefühl mein eigener Stunt mich hier die ganze Zeit und nicht der Boss Nein ich hab gleich keine Ausdauer mehr Jetzt wackel nicht immer mit deinem süßen Schwänzchen vor meiner Nase rum jetzt bleib doch mal stehen Hallo Sitz Beifuß Platz Bleib Lass dich umbringen Ich meine es ist ja kein umbringen ne es ist ja immer noch alles verniedlicht muss man dazu sagen weil die kommen ja immer wieder Wären sie tot würden sie nicht wiederkommen Du machst so extrem wenig Schaden mit dieser Kugel Jetzt habe ich einen Waffenbruch Wollt ihr mich veräppeln Einen Waffenbruch Bleib doch mal stehen ich bin mit dem Bogen am Schießen Hallo Hallo Jetzt habe ich den letzten so uns gemacht Heftig Aber jetzt habe ich keine Punkte mehr bekommen oder? Stand das da grad drin? Der ist hungrig dein Dings Aber ich bin jetzt auch oben Ich habe Fia aber ich glaube die Fia hatte ich vorher schon Oh oh hier unten Hier unten komm mit Hier ist ein Tombat Moment Ganz wichtig Ja Wichtig Wichtig, wichtig Boah das ist so eine geringe Chance mit dem blauen Scheiße Ja 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 Der ist auch Oh den hatte ich hier auch noch nicht Der ist auch für Minenbau hier Ja Dann würde ich sagen Das war jetzt erstmal die letzte Aufgabe für heute Und in der nächsten Folge Werden wir uns dann aufmachen zu dem Dungeon den ich jetzt gerade da Ja Wieder gefunden habe Weil irgendwie hatte ich ihn vorher auch schon mal gefunden Und ja Ich sag mal bis zur nächsten Folge Ciao Bis zur nächsten Folge Vielen Dank für dein Like Wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren